aber ich glaube es ist nichts groß passiert so vergesst nicht das übliche muss man uns wie der setup und strategie auswählen enrico hat das einzige was jetzt gut für enrico ist dass er jetzt frische softs hat ja aber selbst das ist nicht wirklich toll ach enrico schall auf soft ja als einziger aus der top 10 und wahrscheinlich auch das einzige aus dem feld ja ich habe auch glaube ich nur janik mit harz gesehen die anderen im zweiten stint alles so aufhalten das ist nicht normal ich weiß ein richtung die ganzen leute sind alle mit mediums gefahren nur brasilien und also janik und ich sind nur mit harz gefahren wäre ich da halt gedroppt oder kann sein oder oder es ist schon wieder ein random da der war vorher schon drin in liga also der ist vorher liga 2 gefahren harte ja aber der soll hier nicht drunter sein richtig nicht vergessen setup zu lernen es muss das gleiche sein macht runde 18 oder 19 mehr sein wer ist dieser random da ist das liga 2 glaube ich der schau wahrscheinlich noch zu ich weiß nicht kann ich jetzt nichts machen soll noch ein zweites mal selber überprüfen ich weiß auch sieben elf sieben elf was hast du eigentlich maven 5 11 4 11 auf dem hagen enrico muss enrico muss noch soft auswählen der hat gerade mediums ausgewählt ja wenn ich dein hobby dann geh einfach kurz zu ihm im channel würde ich sagen ja das mache ich mal kurz ja in record soft in record soft alles gut elias hat noch nicht mehr im ausgewählt ja da da würde ich schon dran denken wenn ich dann ist er selber schuld naja elias ist einer der fahrer der es wahrscheinlich hingekriegt so how many laps of fuel are you guys putting in not a lot i how many i take like one lap extra or like i'm one lap minus because of my setup i take one lap extra okay thank you i have also one lap extra ich habe auch eine meine linke seite hat wieder 60 grad das ist immer schön zu sehen hinten links hat bei mir 56 ja ja links und vorne links hat bei mir 56 okay ich nehme 36.2 runden okay ich starte vorne deshalb habe ich fresh air ich will mich nicht bei einem safety car halb rausdrehen das habe ich nicht gemeint ob mehr wäre ist aber auch nicht von pol gestartet oh gott warum legt das jetzt bei mir so ist es Coastal runden schirm 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 Ich habe 80 Grad auf den Haar zu bekommen ist schon sehr schwierig Und mein linker Vorderer ist absolut kalt Er macht die Limitless Taktik, einfach 180 Grad das Lenkrad drehen in den Kurven Du weißt doch was ich mache Ich meine jetzt sind die Reifen nicht abgenutzt, deshalb ist das eigentlich ziemlich egal Ah und schon habe ich 90 Grad, das kann ich schön durchziehen Och ist das ekelhaft, ich habe diesen FPS Glitch Meine Vorderreifen sind sehr warm Meine Vorderreifen sind auf 92 und 89 Meine Vorderreifen sind auf 94, meine Hinterreifen sind auf 88 Ich habe 95 Grad Das ist gut, nice, wichtig Besonders auf den Harz Ich habe doch ein bisschen Locking Up Action gemacht Die Start-Sequenz wird beginnt, wenn man das macht So, let's go, viel Glück euch! Danke, gleichfalls Because into the first turn Na gut, tut wohl nicht, sondern muss alles geben Oh, oh, weg Oh, Elia Andreas, was machst denn du? Was ist passiert? Ah, haben sich viele abgeschlissen hinter mir Ich bin ja schon P13 Och, Mann Irgendjemand hat sich literally genau vor mir gedreht Und kein Safecar, ich habe Full Front, äh Für mich ist alles rot Ich konnte gar nichts machen Flügel, oder? Ja Ja, hat sich direkt vor mir gedreht, ich konnte nicht mehr ausweichen Elyas sind sehr schön auf den Graben Ja Ja, dann fällt glaube ich 6-10 Flügel immer noch Lika ist das vierter, Cem ist das schon vor Ist doch so eine Scheiße Yann Henriksfüchter P13 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 P14 P1 P14 P15 P15 Zwiebeln ein bisschen, ja also nicht viel aber erst eine Warning Ich auch Ich bin eine halbe Zehntel der ist jetzt da der hat sich wer gedreht hinten alter Elias wehe kaum Safety Car Fahr einfach er dreht sich weg wenn er das weiter probiert dann die We are very low on fuel. Try to shift up through the gears earlier. It may help save more fuel. This is my first warning. I'm running so safe. The gears have at least one moment. I'm going to struggle with the mediums. Green flag. Green flag. Vielen Dank. Ich habe keine RS mehr. Ich habe keine RS mehr. Was habt ihr so für Zeiten? Mittlerer bis uhr 18er. Okay, ich fahre auf. Mittlerer 18er. Du hast dich gerade aus meinem DS-Vinster gepusht. Echt? Ja. Der letzte Kurve. Elias hat Lockup Turn 1 gehoppt. Schon eine Strafe. Bis zum nächsten Mal. Zweite Warnung Da hab ich mein Bull rausgerägen Tutsig Delrey Tutsig Mit Tõblack 어떻게 Dawn Bist doch am DRS, oder? Ja. Oh nein, da ist jemand zum Überrunden. Brault hat gepütet. Riesel fährt oft hart. Was anderes kann er gar nicht machen. Okay, clear. Okay. Riesel fährt fast. 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 Werde auf Hartz geht, oder? Enrico lacht sich ins Fäustchen. Oh nein, du bist in der gleichen Runde in der Box Oh mein Gott Fuck Dürfte aber eigentlich keinen großen Unterschied machen Ja, aber es ist noch rot Solange es rot ist, werden die nicht bereit für mich sein Ja, aber die hinter diesen Ich bin jetzt aber jetzt schon aus der Box Das passt Immer noch rot, immer noch rot, immer noch rot, immer noch rot, immer noch rot Alles gut, hier rein, rein Einfach hier, Gap Just tell me, what do I do? I'm on herds, Reno Pit, halt, pit, halt I already have herds Oh, stay out Yeah, stay out and then hope Yeah, cool I got, I had a 4 second 4 Sekunden hatte ich als Pitstop Egal Du hast ja Gap, du wirst dann nicht o-o-o-o-o-taken Ich hab zwei gejusete Hearts genommen, aber Ich glaub Enrico wird sich jetzt wirklich ärgern Warum wird er sich ärgern? Weil er schon pitten war Ich war, es kam für mich eigentlich perfekt Aber es bringt eh nix, weil es gab ja noch Saved Cardell, deswegen Hände ich eh keinen Overtake, in der jetzt eben das Gnar ist Ich find's gut, weil ich gerade aus dem DS und dann von Elias raus war Und ich bin gerade in eins reingekommen, mit 85% ERS Oh Gott Ja, ich hab 20% ERS gehabt Would mediums last, to the end or no? Pretty much, all softs No, I mean right now, if I go mediums You won't last, no, no, no way Okay, so I just stay out and hope for the best Yes, now let me focus Yeah, thank you Master Grunt Ich hab einfach acht Sekunden schon zugefahren auf Gini Kari vor mir In den neun Runden Jetzt könnt Elias eigentlich mal den Januar Ich kann überhaupt mehr machen Bloß in einer doppelt so starken Version Ich seh den Grauen mit den Hearts Noch schlimmer als in den mediums vom Grip her Ich kann erst nach dem Safecar absorbieren, richtig? Ja, ja Hm Ich kann erst nach dem Safecar absorbieren, richtig? Na, ich bin da Ja, jetzt schon 10%, aber die war ne eh used Wie kann man new starts? Wie kann man new starts? Achso, warum? Start Ja, 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 ich wurde ja, äh Ich bin ja in jemand reingefahren, wegen von Flash Also, ich bin hier in Flash ist reingefahren Der hat sich gedreht, alles in Ausgewicht Und es war so Mugello-like Nur das Flash ist, äh, genau in meine Richtung stand Was ist mit den Renaults passiert? Was ist das hier hinten? Ich hab eigentlich Pizzab aufgehalten Okay Oh, ich hab zu viel Fuel, ich hab eins gemacht Fuel Remember, there is no overtaking until the green flags Safetycar in this lab Safetycar is noch gar nicht in der Box Kann noch gar nicht passieren Meine Hearts sind so kalt Also, hinten Green flag, green flag? We're racing again Oh, Ginny Carrier hat den Wüster komplett ver... Ja, hat keinen Sinn, wenn der so lost ist Meist bin 13ter Töter We can doch auf, dann fangen wir an We can doch erstmal ansehend We can doch mal ansehend Und we can doch immer eine kleine Becker Heute können wir fangen ansehend Kalkap 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 Oh, Heion ist total Verständlich Schade 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 We advise moving to mix 2, fuel to mix 2. Oh, Jameis has turned out. Okay. Flashes schiebt mich die ganze Zeit durch 1,5 mm Knühen Nach dem Schneider 2,5 mm B�� 1,5 mm 5 mm viel Spaß da vorne oh Leon ist raus Leon ist hart rausgeflogen ja normalerweise haben wir mit den Harz auch Runde 17 gepittet ich pitt jetzt nicht keine Track Position ich behalte Track Position ich schau was ja ich behalte auch was man kann ja mit den Harz zu Ende fahren oder Leon hat eine Drive-Thru was wegen dem Bug oder wegen zu schnell das war eigentlich ein Bug weil das Delta war noch nicht abgelaufen man kriegt instant eine sobald man glaube speedet das haben die geändert oh was ein Scheiß ich weiß soll ich in die Box ne reicht nicht ne reicht nicht geht noch so und alles gut ich hab 20% vorne links lohnt sich nicht wenn ich bockse oder? wie viel Prozent habt ihr so? zwölf zehn zwölf und zehn ok man kann aber ich hab die Harten aufgewärmt hatte ja das ist die 8% kommen halt von der ersten wir sinds noch noch 17 Runden richtig ja wenn du erste Runde die Drive-Thru absorbiert hättest hättest du um Medium spitten können so er kann nämlich er kann nämlich ich kann Drive-Thru machen was oder? während des Safety-Cars kann man keinen Drive-Thru absitzen was denkst du warum warum Hedion äh ne das wird erst der Timer wird erst nach dem Safety-Cars gesetzt ich meine so verpackt ist das Spiel immerhin nicht ja ist trotzdem nicht toll Genicari verpisst sich Lickhardt ist auf Podiumskurs jetzt beziehungsweise SP6 macht keine Strafen derjenige ist auch auf Podiumskurs P6 ist Ingmar 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 dürfte keine Strafe haben vor allem weil er hier mit Linie fährt er hat schon eine ganz ärgerliche Strafe bekommen zwar darfst du die Drive-Thru dann in der Safety-Car in-lamp fahren? nein erst wenn der Safety-Car wirklich schon drinnen ist das heißt Elias wird instant aus meinem Chaos-Fan zu draußen sein sehr geil mein Game ist gecrashed mein Game ist gecrashed mein Game ist gecrashed du stehst auf der Strecke gerade weil ich äh wie wie also weil du bist gleich mit dem Haas du bist gleich den verqualifiziert ne die KI fährt wieder ok 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 Task Manager einschließen yalla so beeil dich doch Game beeil dich doch Game weil ich ein Frontflug geschaden habe dann kann ich einfach pitten die Wunde richtig trК green flags set ok clear Fold силь Okay, clear. Ich habe zumindest keinen Stuhl geschah, das ist nochmal etwas Positives. Wie gesagt, ja nicht, dass ich reinkommen soll, soll ich trotzdem gehen jetzt? Ah, jetzt sagt es mir. Mein Harz ist absolut kalt, die KI hat die halt null aufgewärmt. Ja. 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 Hat mal einen Punkt, ne? Ja. Ich weiß ja schon wieder was passiert. Ja. Gemmels und Joshua. Joshua macht fair Platz. Oh nein, ich kann auch in die Punkte kommen. Ja. 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 Darin hat schon wieder einen Fehler gemacht Juvia hat einen Fehler gemacht, nice, ja, Punkte für dich Bei Jemnis hat 9 Sekunden Jetzt können wir ein Fische das Kanal uns zacken und anb childmüller Bis zum nächsten Mal. Wenn du in die Möller dieses previously, habe ich sehr viele zum Beispiel, die Möller zum Beispiel, die Möller aus dem Fische Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hobi, du kannst hier holen, ich habe ihn aus meinem DRS gedroppt Ja, ich bin gleich in seinem DRS drin Die Station ist halt schwer, weil er auf Mediums und DRS und so, aber... Alle haben eine Zeitschraube da vorne, außer mir, wie hier ist Nova hat keine, hieß vielleicht auch einer Sorry Ne, ich habe gerade selber geredet, das ist auch ein Problem Hatte ich gerade auch nochmal gute Zeiten auf den Mediums, äh auf den Hearts? Nö Ich habe auch noch mittlere, äh, mittlere 18er Ja, die war ich auch, das ist nicht gut Ich werde den Sekunden pro Runde aufwenden Hey, halt sagen, es war halt für mich gute Zeiten, sorry Die KI einfach mal ein ganzes DRS ausgegeben innerhalb von einer Runde Ich fahre jetzt gerade niedrige 18er Ja, du warst 13. schneller als ich Ja, du warst 13. schneller als ich Ich fahre jetzt nicht, wie ich Versuch da an Jemniss und Nova ranzukommen Die fighten ne, also wir sind deutlich schneller als Nova Ist auch kein Wunder Ich glaube ich kann Julien aufregen, ich werde einfach kein ES mehr ausregen Warum Julien? Weil er sich So nah ich bin wie hat der Essenze von denen Ich werde das jetzt aber schlau machen, ich werde ein bisschen ES sparen Ich brauch plus zwei Runden, das gibt es gar nicht Oh mein Gott Die haben sich gerade heftig berührt Die kommt ja immer näher und näher Wer ist denn da noch? Jemniss und Nova und die fighten hart Da sind wir abgeflogen, Nova ist abgeflogen Ja Green flag Ich hab nur noch äh Ich hab ganz schnell so ne äh So ne gemacht, weil das einreichend Da war ganz sicher nicht ich schuld Er hat einfach straight seine position geholdet obwohl er off track gegangen ist Gap to car in front is 7.5 seconds They're on old hearts Their tires are 15 laps old Die time last lap was a 1 minute 18.0 Ich hab gerne seit Flügel schaden Ja Aber wie soll ich am besten an ihm vorbeigehen? Äh Guten Exit aus dem letzten Turn Oh Gott Und dann alles ERS ausgeben Okay Ich würde erstmal ne Runde warten, schauen ob er noch ERS hat Weil er wird dann garantiert usen wenn du ihn am Arsch klebst Er klebt schon ne ganze Weile Oh mein Gott, er hat den Teasing Bist du durch? Noch nicht, wir sind gerade gerade ineinander Er hat sich hinter mich geteasingt Jetzt ist er wieder vor dir Ja Aber jetzt bist du ganz nah dran Ich hab Momentum verloren Ich hab ihn berührt Sorry, ich musste bisschen früher bremsen Ja, kein Problem Hinter Lickert ist ein 6er Pakt, glaub ich Das war ne Dive-Form Oh Gott Ich wollte noch mitziehen, aber es war dann wohl ganz so eng Ja Aber ich fand es war noch legitim Ja Der ist halt voll Der hat halt voll weit ausgeholt Nice Er hat nen Fehler gemacht, oder er hat nicht vorbei gelassen Ist halt massiv Zeit auf die Throne zu lachen, aber Tom hat auch noch keine Strafe Ja Auf jeden Fall der wird schlechter überholen Der wird auf jeden Fall erladet schwer holen Die Fastest Lapise Der wird auf jeden Fall gladet schwer holen Die Fastest Lapise Der wird auf jeden Fall gladet schwer holen Extremes Untersteigen in der ersten Kurve Ich habe in den Kopf berührt, deshalb habe ich Übersteigen gehabt Den nehme ich jedes Mal mit, what the fuck? Ja, aber beim Ausbesteigen, den habe ich den fast nicht genommen Oh No issues with tire wear for now, keep taking care of them Die wird Elias nicht holen können Doch Sicher? Ja Ich bin gerade ohne ERS zu fahren, super safe nach 18-1 gefahren Wenn ich pushen würde, wäre das ein 17-1 Damit Elias nicht 16-4 fahren kann Ja so es war gerade eine warning zuerst meine erste nach deiner strafe meinst du ja ok get ahead is 7.7 seconds there on old hearts their tires and 19 laps old the time last lap was a one minute 18.1 you're dropping back by around two tenths each lab now my next is ready smash oh gott ich bin erreicht erreicht nicht mehr alles gut es wäre es der selbst not gewesen wenn ich dann noch ein aha was habe ich nie gemacht genau das gleiche fache auch so ähnlich was nur war noch da weit gegangen ist dann dann nicht viel schneller als er oh hast du gerade schon mitgenommen ihr könnt da noch rankommen die fahren nicht sehr schnell und zeigen noch unter mir tom ist neun sekunden weg das dauert ich werde mich nicht mehr ziemlich penaltys da vorne tom hat gar keine dann ist tom auch froh du wirst no kidding no joke wir sind da alle innerhalb von drei sekunden und da wird die letzten zwei runden gefightet werden bis zu gehen nicht mehr Tom ist fast vier sekunden hinter Lickert Tom ist fast vier sekunden hinter Lickert there is three lamps of fuel remaining ich würde einfach pushen ich muss hören hat mich jetzt schon aus seinem DRS gedroppt ja weil viel zu viele fuel fokussieren und pushen aber mindestens einer wird entweder noch ein strafe holen oder raus fliegen Lickert hat die zweite ok ok also noch genau wir haben das viel dass wir tear wird auf Die letzte Lamp war ein 1.18.7. Ne, ich komm nicht mehr ran. Probier es einfach, wir werden noch fallen. Komm. Komm, fahr einfach so konzentriert und sauber, wie du kannst. Gini Kari hat sich gedreht. Okay, der Inzidenz hat sich geschlossen. Lass uns wieder auf die Rennstelle gehen. Ja. Oh, der muss natürlich jetzt direkt vor mir wieder auf die Strecke. Das gibt's aber auch nicht. Ich krieg halt... Ich krieg meinen Schül nicht los. Muss recht viel Fett und Standard fahren. Drei. 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 Ich würde doch sagen, dass er auf einem guten Weg ist. Enrico hat sich gedreht. Hat sie nicht bekommen.